Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber ich bin noch ein bisschen angeschlagen, gerade deshalb. Ja gut, aber das sollte so passen. Ja, da ist der Wurm. Okay, ist egal. Ich baue noch hier an. Quatt, genau. Alter Schwede, schaut euch das an, wie viel da noch übrig geblieben ist. Heilige Scheiße. So, dann fährst du mal da hin und schieß mal da drauf, bitte. Neues Spice, bitte. Sehr schön, so. Und dann direkt hier. Sogar Trike. Pakete. So. Unnormal. Unnormal heftig, ja. Einen Sammler habe ich ihm aber weggenommen. Ja, tut mir leid, wenn ihr mich jetzt ein bisschen wüsteln hört. Aber wie ihr wahrscheinlich auch meine Stimme erkennt, ich bin ein bisschen, ja, wie ich eben schon gesagt habe, angeschlagen. So. Zack, 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 zack. So, kaufen. Direkt weiter. So. Direkt weiter. Geile Mucke. Geile Mucke. Noch vier Minuten. So. Ja, das passt schon so. Weiter Quatt. Meine Güte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn er jetzt den nächsten Angriff auch noch übersteht, ne. Also dann ist, dann ist echt vorbei, ja. Geile Mucke. Geile Mucke. Geile Mucke. Geile Mucke. Alles klar. Korrekt. Ja. Noch zwei Minuten. Einheit bereit. Wird gebaut. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Direkt weiter bauen. Einheit bereit. Wird gebaut. So. Gut. Dann probiere es gleich direkt nochmal. Genau. So. Ja, schön. Mysteriöses Ding auf jeden Fall was. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Ein Raumschiff. Ja. Zu wenig Geld. Oh, kein Geld mehr. Ups. Ja, dann lass. Dann reicht das jetzt auch mal langsam. Nein, 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 nein. Fahrt erstmal hier hin. Jawohl, Sir. So. Was versucht er denn? Was versucht der? Willst du auf eine Energie schicken? Alter, ernsthaft. Wie dreist muss man sein. So, nichts angreifen. Ja, bitte. Nichts angreifen. Ja, bitte. Ja, das schafft ihr schon. So. Nein, nichts angreifen. Verdammt. Fahrt zurück. Sonst kommt der wieder mit seinem ganzen Scheiß da. Ja. Oder ne, wisst ihr was? Sammelt euch mal hier. Sammelt euch mal hier. So. Macht den Grafpanzer da im Arsch. So. Der Arketenpanzer ist fertig. Das ist so eine krasse Mission hier, ey. Heftig, ja? Heftig, heftig. Oh, Mann. Eine Stunde. Schon. Und das in der fünften Mission. Oh, meine Belagerungseinheit. Mann. Nein. Die sind doch so selten. Ja, das reicht aber auch nicht, ne? Wenn das alles ist, dann reicht das auf keinen Fall. Aber ich stelle die jetzt mal dahin. Ah, ich kann wieder... Ja. Ja, komm, dann. Bestell. Nein. Abgebrochen, okay. Ja, gut, dann. Drauf da. So, direkt auf den Turm da. Der baut nicht nach. Das ist schon mal sehr gut. Die Türme baut da nicht nach. Das ist schon mal saugut, ja? So, weg damit. Nein, fahr doch nicht in... Boah, ey. Diese ganzen Mini-Panzer, die der da hat, ne? So, weg damit. Verdammt. So. So, weg damit. Weg damit. Verdammt. So. Weg damit. Alter, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Alter. Wow! Was... Ey, was soll ich machen? Es ist auf jeden Fall weniger geworden, ja. Boah! Heilige Scheiße. So. So, dann kaufen. Bah! Ey, der hat es wieder überlebt. Verdammt nochmal. Der baut zum Glück nicht nach. Das ist schon mal gut, ey. Ah, ich hab's aber. Beim nächsten Mal könnte es klappen. Beim nächsten Mal könnte es klappen. Meine Fresse, ey. Ich muss gleich aber auch mal gucken. Ich guck mal jetzt mal ganz, gerade ganz kurz. Ja, das passt aber noch vom Platz her. Kein Geld. Ja, toll. Zu wenig Geld. Seht ihr das? Also wenn wir was bauen und wir haben keine Kohle, dann stoppt der direkt. Noch zwei Minuten Pause. Wird gebaut. So, okay. Weitere Raketenpanzer, bitte. Noch eine Minute. So, da kommen wir in den nächsten Einheiten. Sechs Panzer. Was? Ah, Wurm. Okay. Wurm. Ist egal. So. Stellt euch mal da. So. Ach, kein Geld, ey. Ich hab auch keine Lust jetzt mehr so lange zu warten, weil meine Stimme ist echt weg so langsam. Und, ja. Ich muss langsam Schluss machen, aber ich möchte die Mission gerne noch schaffen. Also, ja. Weil das, was ihr jetzt gerade hört, ist nicht meine echte Stimme. Ja. So. Ja, natürlich. Alter, wie blöd muss man sein. Da fährt der echt durch so ein Ding durch, ey. Der Trike. Naja, egal. Komm. Nochmal neues Team 1. Das hier. Ja. Ja. Diese ganzen Mini-Panzer da. Die sind so nervig. Diese Quats, ey. So. Direkt drauf. Weg. Weg damit. Weg damit. Ach. Mann. So. Die Trikes. Ja, komm. Dann mach die platt. So. Der überlebt das wieder. Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Der überlebt das wieder. So, dann nimm den wenigstens noch mit. Ja, danke. Meine Güte. Spice-Sammler wird angegriffen. Oh Gott. Ja, sehr gut. Der ist schon weg, halt. Alter. Das ist so krass. Das ist so krass. Verstellung registriert. Lieferung in 5 Minuten. Wird gebaut. Das ist so krass hier, diese Mission. Schaut mal, wie viel der... Wie viel Scheiße der hat. Puh. Alter. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist vom Spiel, aber das finde ich schon krass, ja. Das ist schon heftig. Ja, Sir. So. Ja, Sir. Einheit bereit. Das ist so krass. Noch drei Minuten. Puh. Wird gebaut. Quart. Komm. Nein. Hier. Teig. Das ist schon echt krass jetzt. Speichern, bitte. Jede Schwächung ist echt super. Spiel gespeichert. So. Alter. Noch zwei Minuten. Ja, natürlich. Ist klar. Ja, das ist schon nicht ohne, muss ich jetzt mal ganz ehrlich mal so sagen. Das ist schon nicht schlecht. Reinkommander. So. Da kommen die Einheiten. Sehr gut. Noch eine Minute. Oh, Mann. Geile Mucke. Wird gebaut. Pause. Abgebrochen. Wird gebaut. Geile Mucke. Nur Mini-Panzer, aber ist erst mal egal. Puh. Geile Mucke. Alter. Ich habe keine Kohle mehr dafür. Ne. Hier ist auch nicht mehr so viel übrig. Ich habe nichts mehr. Ja, ich probiere es halt noch mal jetzt, ne. Was soll ich machen? Ich muss es ja weiter probieren. Geh doch hier rein. Mann. Mach doch keinen Stau da. So. Wir sind... Ihr seid nicht in Köln, wo ihr euch in den Stau stellen müsst. So die fünf. Die machen gleich erst mal die Männigen weg. Lock mal die Männigen raus. So. So, jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt er wieder mit dem Scheiß. Alles da drauf. Alles da drauf, ey. Alles da drauf. Auf die Männigen. Ganz wichtig, die Männigen. So. Gehen wir aus den Türmen raus. Jawohl. So, ich habe ihn aber gleich. Ich habe ihn aber gleich. Meine Fresse, ey. Ich habe ihn. So, warte da drüber. Komm. Oder dann... Ach, Mann. Ich habe die nicht kopiert. Oh. Ist nicht deren Ernst. Boah, diese Männigen. Boah, diese Männigen. Diese scheiß Männigen. Meine Güte. Aber ich habe ihn. Ich habe ihn. Das war es. Du sollst sie platt fahren. Alter. Alter. Ja, toll. Abgebrochen. Ja, super. Zu wenig Geld. Ja, gut. Komm, dann. Ich kaufe das so. Bestellung registriert. Lieferung fünf Minuten. Wird gebaut. Jetzt ist er endgültig weg. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Zu wenig Geld. Ja, ich weiß. Noch vier Minuten. Ja, Sir. Das ist, weil die Sammler auch... Für den Herzog. ...am anderen Ende der Welt wieder sammeln, ey. Das ist ja wirklich wahr. Du fährst hier hin. Jawohl, Sir. Und du stellst dich nicht in den Stau. Bereit, Commander. Für den Herzog. Alles klar. So. Meine Fresse, ey. Nochmal speichern, bitte. Der hat jetzt wirklich nichts mehr. Spiel gespeichert. So. Boah, also. Richtig heftige Mission. Einheit bereit. Richtig heftige Mission, Freunde. Interessante Musik auch im Hintergrund. So. Ja. Boah, anstrengend. Ganz schön anstrengend. Ich baue doch schon Einheiten. Wie verrückt, ey. So. Das ist gut. So. So. Einheit bereit. So. So. Was gibt's im Raumhafen? Hier. Okay. Einheit bereit. Wird gebaut. Bereit, Commander. Mehr Kampfpanzer auf jeden Fall. Ich brauche mehr Kampfpanzer, ja. Schaut mal, jetzt hat er fast nichts mehr. Meine Güte. Also, also. Wo ist er? Da. Okay. Ja. Jetzt habe ich es auf der Karte gesehen oben deshalb. Ja. Ja. So. Freunde. Ja, wie gesagt, ich muss bald aufhören. Mit dem Let's Plane. Lange schaffe ich das nicht mehr mit meiner Stimme. Die ist ja jetzt schon komplett anders. Aber, ja. Sollte. Egal sein. Wo ist der Wurm? Da ist der Wurm. Okay. Cool. Ähm. Ich mach mal ganz gut. So, Freunde. Da bin ich wieder. Äh. Ja, ich hab mir eine kleine Stärke umgeholt. Und zwar eine Vanille-Bild. Die brauch ich jetzt einfach mal hier. Bei diesem... Bei dieser heftigen Mission doch, doch. Also... Ah, ein Belagerungspanzer. Das ist sehr schön. Einen noch kommen. Ja. Sehr geil. Gut. Dann kauf das. Erstellung registriert. Lieberst du in fünf Minuten? Dann weise ich das noch ab und dann probiere ich es nochmal mit dem Angriff. Der hat hier jetzt wirklich nichts mehr. Und... Ja, während die kommen, werde ich mal ein bisschen was trinken hier. Ich brauch doch ein bisschen Balsam für meinen Hals. Zu wenig Geld. Kampfpanzer noch. Je mehr Panzer ich hab, desto besser. Meine Fresse. Also das war schon... Halleluja. Schon nicht schlecht. Das muss es jetzt aber gewesen sein. Bitte, ey. Und die stellen sich immer in den Stau rein. Das ist so dumm. Wie immer so christlich muss man veranlagt sein. Aber das geht doch besser. Alles klar. Das passt sogar genau, weil die Einheiten hier kommen. Mit dem Kampfpanzer. So. Ja. Sehr gut. So. Habe ich auch mal ausnahmsweise mal eine Belagerungswaffe. Oh Mann. Ah, die sind so langsam. Das ist das Ding. Ja gut, komm. Dann fahrt ihr mal hier hoch. Ihr auch. Sammelt ihr euch mal da oben. Ja bitte. So. Dann probieren wir das jetzt nochmal. Meine Güte, ey. So. Manniken. Komm ruhig raus. Komm raus. So. Komm raus. Ja. Weg damit. Uff. Ja. Liebe auf die Trikes. So. Alles klar. Geh doch nicht immer auf meine... ... ... ... ... Belagerungswaffe. So. Manniken weg damit. So. Alles Schritt nach und nach jetzt hier. Wegknallen. Mein Gott, ey. Die gehen auch echt immer auf meine Belagerungswaffen. So. Dann auf den Turm. Ich hab's geschafft. Ich hab's ehrlich geschafft jetzt. Jetzt endlich. Uff. Geile Explosion. So. Dann rein da. Mach den nächsten Turm kalt. Weil so groß ist die Basis an sich gar nicht. Jetzt ist leer. Es ist komplett leer jetzt. So. Ja. Weg damit. Komm. Ich hab's gleich. Ihr auch alle. Seht ihr das? Die Raketen können auf die Flugzeuge schießen. Ich will euch das mal zeigen. Stellt die Raketenpanzer mal ab. Und. Zack. Seht ihr? Die schießen auf die... ... ... ... ... ... So. 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 Hier. Weg damit. Meine Fresse. So. Richtig schwere Mission. Letztes Jahr. Richtig schwere Mission. Wie ich finde. Zack. Weg damit. Ach, da ist noch ein Turm. Oh Gott. Oh Gott. Die hab ich gar nicht gesehen. Fuck. Na egal. Batsch. Batsch. Ich find die Explosion so geil. Batsch. So. Weg damit. Zock. Ja. Sehr schön. Wir haben ihn gleich. Oh Scheiße. Außer die Kaserne, ne? Außer die Kaserne. Stimmt. Oh, die Mucke passt. Ja. Schön rein hier. So. Wo kommt das denn schon wieder her? Da oben. Verdammt. Wo ist die Kaserne? Hallo. Oh, zack. Weg damit. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Wir haben's gleich. Boah. Was war das für eine Mission? Alter Schwede, ey. Das ist ja wohl... Das war echt krass. So. Weg mit dem Männchen. Zack. Weg damit. Die Artillerien sind echt mega. Mega gut. Guckt euch das an. Zack. Batsch. Ja. Zack. So. Ich glaub, er hatte keine Artillerien gehabt, ne? Nee, nee. Er hatte keine. Ich glaub, deswegen hat er's so auf meiner abgesehen. Weil er die nicht hatte. Oh. Wie ist das denn jetzt? Ah ja. Genau, wegen den Trümmerteilen, die da rumfliegen. So. Weg damit. Verdammte Kacke. Was ist das denn da? Okay. Ja, dann brauch ich da mal zwei. Oder einen Quad. So. Baut er mal einen Quad. So. Batsch. Für den da oben. Für das hier. So. Aber hier ist keine Kaserne. Hä? Wo soll hier Kaserne sein? Ah. Da oben drin. Okay. Alles klar. Ich lass den Bauhof erstmal leben. Ja. Das ist eigentlich keine gute Taktik, aber es reicht auch so. Batsch. Der versucht nämlich immer meine Artillerien hier. Oh, nein, nein, nein. Stopp. Errobert sie die Geiseln zu befreien. Ja, sehr gut. Gut. Pioniere. Kommt hoch. So. Genau, eine Sache hab ich noch vergessen zu erklären. Im späteren Spielverlauf kann man hier noch Paläste bauen. Das heißt, bei der Atreides könnte man dann die Fränen bauen. Paltalo. So. Und bei den Akon kann man zum Beispiel eine Atombombe auflosschmeißen. Oder eine Rakete. Die so Splitter. Die Splitterbomben fallen lässt. Und das ist schon extrem krass, ja. Extrem mächtige Waffen. So. Das Quad. Das kümmert sich erstmal hier drum. So. So, dann hier auf das Silo. Boah, wir haben's geschafft, Freunde. Aber wirklich nur mit drei Einheiten. Meine Güte. So. Kommt immer hier. Oh. Oho. Okay. Ja, das war's. So. Batsch. Drauf da. Dammt. Batsch. Was versuchst du denn? Dein Sammler. Bist du dumm? Ja. So, hier. Schweig. Schweig gegen Quad. Quad gewinnt. So einfach. Einfach. So. Batsch. Er macht den Sammler platt, bevor der mal in der Invasoren platt fährt. Weil das wäre nochmal ärgerlich. So. Geschafft. Am Ende bleiben wir siegreich. Drei Parts für die fünfte Mission. Okay. Okay. Nicht schlecht. So rein da. Oh, jo. Bleib doch noch stehen. So. Sie brauchen Silus. So. Ja, Silus ist jetzt egal. Wir haben's geschafft. Yes. Yes, wir haben's geschafft. Geil. Alles klar, Freunde. Das wär's dann mit dieser Mission gewesen. Meine Güte, ey. Die war echt heftig. Aber das sieht man auch an den Punkten. Wir sind jetzt Staffelführer. Geil. Okay. 700 Punkte. Wow. Aber ja, Freunde. Wir haben den Gegner dominiert. Einheiten. Ja. Viel mehr zerstört auf jeden Fall. Haus Atreides drängte Haus Harkonnen weiter zurück und griff dann die Ordos an. Ja, genau, Freunde. Die Atreides, die rücken echt weiter vor, wie wir sehen. Also, wir rücken weiter vor. Jetzt hier in der Mitte. Und wir haben schon fast zwei Drittel eingenommen. Das geht schnell. Ja, jetzt kommt auch schon die drittletzte, vierthletzte Mission. Ja, so schnell geht das hier in June. Ja. Ja, wir kämpfen beim nächsten Mal gegen die Ordos. Und ja, wir können uns dann hier unten entscheiden. Allerdings, Freunde, das mache ich jetzt wirklich erst beim nächsten Mal. Ich muss meine Stimme schonen jetzt mal. Weil, ja, wie ihr hört, ich bin angeschlagen. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich hier ein bisschen krank bin. Und ja, würde ich sagen, würde ich das jetzt zusammenschneiden. Dann mache ich jetzt erst mal Schluss. Und ja, werde mich jetzt mal ausruhen, ins Bett legen und ein bisschen trinken. Und ja, Freunde, dann bleibt mir gewogen. Und ja, da wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Tschö, tschö.